Heute ein komplettes Tutorial für einen Hasen von Anfang bis Ende. Was braucht man als erstes für einen Hasen? Einen Hasenkörper, eine Halbkugel mache ich aus einer Papierform, die forme ich halt ungefähr wie eine Kugel, mache da meinen Ton drüber und dann machen wir noch aus einer anderen Kugel einen Kopf. Ich habe dazu eine Gipsform, die hatte ich dann noch da und dann kann man den Kopf formen, kann man auch mit einer Daumentechnik ganz einfach eine kleine Kugel formen, geht genauso und die verschlickert man mit und setzt sie auf diesen Unterkörper drauf. Das Papier lasse ich da drin, also das ist nicht schlimm, das kann man alles mitbrennen, da passiert gar nichts. Als nächstes wollte ich flache Füße ranmachen, ich denke mir halt immer irgendwie so ein Hasen aus, so ungefähr und habe da die Pfoten ausgeschnitten, die Fußpfoten und habe sie rangehalten. Dann dachte ich, ach nein, ich glaube, ich mache noch ein paar Beine dran. Also so, das entsteht halt, wenn man das modelliert. Manchmal wird es dann doch anders, als man es haben wollte. Und hier seht ihr, ich mache jetzt die Beine dazu, ein paar Würste zusammenrollen, ein bisschen kürzer schneiden, je nachdem, damit es schön aussieht. Ein bisschen immer aushöhlen, das ist ganz wichtig bei Ton, dass man das aushöhlt und auch ein Loch in den Körper reinmacht. Das ist auch wichtig, das habe ich erst im Nachhinein gemacht. Muss man machen, ansonsten platzt das beim Brennen ab, weil dann ist zu viel Vakuum da drin, dass das dann abplatzt beim Brennen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, immer bis zur nächsten Option ein Loch reinmachen, dann passiert da nichts beim Brennen. Wenn man das jetzt mit R3-Klee nachmodelliert, muss man das nicht machen, da ist das nicht so wichtig. Aber beim Ton ist es wichtig. Die Platte kann man wieder vorne draufsetzen, einfach nur wieder anschlickern, nass machen und draufsetzen. Das sind jetzt die Fußplatten sozusagen, die setze ich da jetzt drauf. Um die noch ein bisschen zu verschönern, wie das schon am Anfang irgendwo zu sehen war, da mache ich da jetzt noch ein paar kleine Kügelchen, drücke die platt und klebe die auch da drauf. Das sind ja diese Erhöhung von den Pfoten, die man so sieht, diese rosa Schönfötchen. Genau, das sieht man das jetzt ist. Das ist eine kleine, kleine Füßelei-Arbeit. Kann man auch mit einem Ausschneider machen, wenn man so einen kleinen Keksausstecher hat oder irgendwie. Das ist ganz egal, wie man das ausschneidet und da draufsetzt. Immer wieder verschmieren, das ist ganz wichtig. Alles mit den Händen verschmieren, ein bisschen versäubern, damit alles nachher dann auch wirklich klebt, an der Stelle muss kleben soll. Das ist immer ganz wichtig beim Toneln, dass das dann auch wirklich miteinander verbunden ist, mit Wasser und mit Schlicker. Schlicker ist immer der Kleber für unsere Tonarbeiten. Das ist ein flüssiger Ton oder Ton mit Wasser angerührt. Das nennt man Schlicker und das ist der Kleber für diese Arbeit. Ihr seht, das habe ich immer einen Finger dran. Das ist der Schlicker. Das ist alles. Ich bin immer voller Schlicker. So und jetzt machen wir die nächste Arbeit. Das sind jetzt die Arme und die mache ich jetzt ganz einfach. Die walze ich einfach platt. Also einfach eine kleine Platte. Ich nehme dazu immer diesen kleinen schönen Roller, den ich da habe und da schneide ich wie so, das sieht eigentlich aus wie Ohren, aber nicht verwirren lassen. Das werden wirklich die Arme. Ganz einfach, platt herangedrückt, verschlickert und wieder verklebt mit dem Schlicker. Ganz einfach. Wirklich ganz einfach gemacht, weil oft die, die muss jetzt nicht so, müssen wir jetzt nicht so dick machen oder so. Das finde ich so eigentlich ganz nett. Ein paar Pfoten noch reingeritzt. Sieht man jetzt von oben nicht so, aber nachher sieht man es. Genau. Jetzt kommt ja die Schnauze, die typische Schnauze für den Hasen. Habe ich jetzt hier mal kurz eingeblendet, dass man das sieht und noch so ungefähr weiß, was ich, was ich, warum ich das jetzt also mache an der Seite. Das ist dieser Hasen, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, halt die Hasenschnauze halt. Und ich habe sie ja auch noch mal als Foto so reingehangen, das Bild, dass man das sieht, wie ich das gemacht habe, dass das da so, wie das da so entsteht. Die Nase habe ich wie ein kleines Herzchen geformt und habe die dann da drauf gesetzt, die Augen halt kleine Kügelchen und drauf gesetzt und drauf geklebt, wie immer. Und die Schnauze habe ich halt mit einem Messer reingeritzt. Die Zähne von dem Hasen habe ich später einfach nur mit weißer Farbe angemalt. Die sieht man dann im Anschluss, die habe ich da nicht anmodelliert. Deswegen ist das da so ohne Zahn und später dann mit Zahn. Das macht nur die Farbe, das kann man halt wunderbar mit Glasur machen. Ich male ja sehr viel mit den Farben und modelliere nicht jedes einzelne Detail. Das mache ich dann oft mit den Farben, hole ich dann die Effekte noch heraus. Hier seht ihr, wie ich das Herz noch anmodelliere. Das ist die kleine schnüppliche Nase. Und immer wieder verschlickern, versäubern, verkleben. Jetzt kommen die Hasenohren. Die werden so ähnlich wie die Arme, die ich schon gemacht habe, so geschnitten. Einfach aus einer Platte gewalzt und ausgeschnitten. Und da ja Ton schön beweglich ist, kann man den auch so schön formen. Ich mache die Kanten, biege ihn schon, wie ein Hasenohr sein sollte, so ein bisschen nach innen. Ist ja nicht ganz glatt, so ein Ohr. Und setze das da auf, verschlickere es wieder. Und die muss man ein bisschen stützen. Ich mache da immer hinten noch was dran, damit die nicht umknicken. Ich habe auch sogar schon bei größeren Hasen Zahnstocher reingemacht. Die verbrennen dann im Ofen mit die Zahnstocher. Musste ich bei dem nicht. Also es hat alles gehalten, hat alles wunderbar funktioniert. Ihr seht, ich schneide das, forme das ein bisschen wie ein natürliches Ohr sein sollte. So ein bisschen nach innen. Und setze sie da auf. Nach hinten wird es immer gestützt mit ein bisschen Ton. Und vorne habe ich auch noch eine kleine Stütze reingemacht und habe das als Blume dann umgewandelt. Das soll dann eigentlich sein, als ob er eine Blume vor seinem Ohr hat, dieser kleine Hase. Immer schön verschlickern, verbinden miteinander und stützen. Und wenn man jetzt merkt, dass das Ohr kippen würde, dann müsste man ein Zahnstocher reinmachen. Das geht, das funktioniert. Das kann man wirklich machen. Einfach ein Zahnstocher reinstecken und mitbrennen. Da passiert nichts. Und wenn man das mit R3-Klee macht, geht das natürlich auch. Da kann man es sogar drin lassen. Muss man den halt so verschmieren, dass man ihn nicht sieht, dass man da eine Stütze hat. Weil ich glaube, mit R3-Klee würde das eher umkippen und nicht halten. Deswegen da dann eine Stütze reinmache. Jetzt habe ich erst den Mund reingemacht, reingeritzt. Und jetzt ist er schon fertig modelliert. Jetzt kann man ihn schon anschauen. Für die Kamera bereitgestellt. Genau, jetzt sieht man ihn. Das Häschen ist fertig. Überall wird er nochmal kontrolliert von mir, ob es wirklich dann hält und nicht umkippt. Und wird nochmal gestützt und versäubert. Ach, das Schwänzchen, das sieht man natürlich jetzt von hinten nicht. Das habe ich natürlich auch noch ran gemodelliert. Na klar. Und fertig ist gleich mein schönes Häschen. Zum Anschluss seht ihr noch, wie ich ihn angemalt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.